Egal ob telefonisch, schriftlich oder persönlich, die Salzburger G stellt die Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Salzburger G Kundenservice GmbH kümmern sich persönlich im Kundencenter oder rund um die Uhr telefonisch im Callcenter um verschiedenste Anliegen. Das Kundenservice kann einen sehr wertvollen Beitrag für die Salzburger G leisten. Wir stellen unsere Kundinnen und Kunden täglich in den Mittelpunkt. Wir machen bestes Kundenservice. Die Salzburger G hat sich versprochen, eine überragende Kundenorientierung an den Tag zu legen. Sebastian Traugott nimmt täglich bis zu 300 Anrufer entgegen. Sebastian ist blind. Spezielle Tools helfen ihm, den Arbeitsalltag zu erleichtern. Tools beim Arbeiten. Da habe ich einerseits die Prallzeile, mit der kann ich auslesen, wie die Telefonnummer von dem Anrufer ist, eventuell welche durch, weil der schon gewählt hat. Und falls kein Durchfall vorhanden ist, kann ich mir einen Namen auch über den Computer auslesen. Da gibt es eine spezielle Software, die alles eben in Blindenschrift auf dem Zusatzgerät übersetzt. Wir haben ein sehr buntes, sehr gemischtes Team. Inklusion ist bei uns eine Selbstverständlichkeit. Unsere Aufgaben sind sehr vielfältig. Wir haben viele Möglichkeiten. Und darum, wir nutzen die Stärken eines jeden Einzelnen sehr individuell. Und das macht uns aus. Das macht uns zu einem sehr erfolgreichen Team. Sebastian fühlt sich im Team richtig wohl. Aufgrund seiner täglichen Aufgabe, Anrufe in die richtige Abteilung weiterzuleiten, kennt er das Unternehmen und die Kolleginnen und Kollegen wie kein anderer. Es ist eine super Möglichkeit, gerade in die ganze Konzerngruppe einzusteigen. Du hast die Möglichkeit, da sehr viele Mitarbeiter am Telefon zumindest kennenzulernen, dass du mit denen regelmäßig zusammenarbeitest. Da kriegst du einen guten Gesamtüberblick über die ganzen Produkte und Dienstleistungen, die wir anbieten und wer für was zuständig ist. Wenn du dann irgendwann vielleicht einmal in eine andere Abteilung wechselst, kennst du die meisten Leute schon zumindest vom Telefon. Was dir das alles sehr erleichtert, dann auch den Einstieg in ein anderes Aufgabenfeld. Ein spannender und abwechslungsreicher Arbeitsalltag ist in dieser Abteilung garantiert. Das Besondere an unserem Job ist sicherlich die Vielseitigkeit. Die Salzburger G bietet sehr viele Produkte, sehr viele Dienstleistungen an, hat laufende Aktionen und diese zu bearbeiten, macht unseren Job sehr, sehr spannend und abwechslungsreich. Wenn auch Sie Interesse an einem Job bei der Salzburger G Kundenservice GmbH haben, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at. slash karriere